so ja willkommen zurück willkommen der paradise eine neue folge letzte folge haben wir ja versucht haben ja 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 haben wir hier pilze was ich sagen wollte er den elite dingers zu kriegen oder zu besiegen aber haben wir irgendwie noch nicht alle erwischt also das heißt erstmal manchmal räumen im wald versteckt ich mal okay eine kommt da oben eine da oben okay Das war's für heute. so haben auch sind gut nee die kommen jetzt gut haben wir auch jetzt die erledigt ach so zweite welle ok die lasse ich mal in ruhe gut ja 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 so dann natürlich noch die rumspielen da oben ja 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 da oben sind ordentlich viele ja 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 in der nähe gott ist noch oh ja oh gut 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 Oh, oh, oh! Und nun? Ja, hallo. Ich bin doch schon einige durchgeflutscht. Kein Gesichert. Kein Reparieren. Alles repariert. Das heißt, wir sind auf einer Stufe höher. Oh, wow. Richtig. Nice aus. Okay. 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 Das ist immer zu groß. So, dann machen wir nochmal weiter mit dem Elite Zombie Bot für mein Camp. Hoffe ich, dass ich etwas bekomme. Genau. So, schauen wir mal. Geil. Ob wir heute mal hier gleich am Anfang mal schaffen werden. Das wird fraglich. So, schauen wir mal, ob es hier welche gibt. Okay, das ist ziemlich krass in der Hose gegangen. Das ist jetzt mal richtig in der Hose gegangen. Ich will nur eigentlich die zwei rechtlich übrig gebliebenen Zombie erwischen. Hm. Huh. Pat... Huh. Okay, das istятно gut. Oh. Huh. Oh. 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 So haben wir jetzt hier auch. Er übertreibt nicht. Oh was macht der Kollege hier? Hier liegt die zum Beispiel. Und ein Fähigkeits haben wir auch jetzt geholt. Hacking. Dein Summe überrichtigen Nahkampf mehr Schaden an. So was nehmen wir denn? Wenn du nachlädst. Okay. Okay. Dann muss ich aber wieder was herstellen. So jetzt muss ich eh wieder mal Camp rüber. Mal gucken. Mal gucken. So schauen wir mal. Mal gucken. 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 rushed. Zerstellen. Verschrotten. Ah verdammt. Verschrotten. Und da war es. Da war es. Zerlegen. Zerlegen. Oder zerlegen. Okay. Das ist die sagenhafte Pumpe. Zerstellen. Äppische Maschinengewehr. Zerstellen. 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 waffe jetzt sind nahe kampf auch ne oder das ist ja mal geil das ist ja mal bombe offenbombe ist es ja mal cool und Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, Huyne beleben. 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 Ich weiß nicht, wie du bist. Sie miserable insect. Look at you. Just look at you. Ich habe mehr als eine Herausforderung, um auf unsere Hälfte zu gehen. I'll get you for that! Ha! Bow to my genius! Cosby! Looks like this vehicle had a rocket part. Grab it quickly. Ein Hacker mehr. Good. Kann ich jetzt auch noch überstampen. Eileen Uppersmith hat niemals ein einfaches Freund. Sehen, dass Bob besser als ihr, selbst wenn er nur ein Janitor war, muss er sie zufrieden haben. Natürlich hat sie sie besser gemacht. Was denkt sie denn? 35 und ich habe jetzt aktuell 35. Also ich könnte diese Streitkolben ähm Upgraden. Einer ist noch da hinten. Und der andere gar mit irgendwo oder ist irgendwo unten. Und unten. Ne, der war gar nicht hier gewesen. Er hatte jetzt sein, sein Eier, da gechillt. Er spricht mit dem Aufseher. Yep. Das wichtigste, weil man muss jetzt mal schauen. Schild. Das ist der No Name. Weiter los. Ne, schauen wir mal was passiert. Okay. Okay. So. Ähm. So. Ähm. Wie lehnen. Also nehmen wir auch die Schatztrucke ganz am Anfang. Suche Kettensäge. Normale Kettensäge. Da ist. Also das stinkende, normale Kettensäge. Zumindest ein Kettensieger haben wir es. 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 So, jetzt habe ich... So, jetzt habe ich... So, jetzt habe ich... So, jetzt habe ich noch... So, jetzt habe ich noch... Gut... Herstellen... Aber eh genügend... So, seltene Streitkorn. Ich freue mich, wenn ich auf 36 bin. Dann kann ich diese schöne Waffe echt mal benutzen. Sagenhafte Speer... Okay... Aber bevor wir jetzt da hier weiter... Zeit vergeuden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, Leute. Also bis demnächst. So, jetzt... So, jetzt...